Essen ist fertig. Es gibt Lasagne. Aber ich hab mir doch Pfannkuchen gewünscht. Mein kleiner Bruder wollte Lasagne, also stell dich nicht so an. Wieso ist immer nur wichtig, was er sich wünscht? Mama, schau mal, ich hab ne 2 in Mathe. Da hast du wohl gut gelernt. Ich hab heute übrigens ne 1 in Sport bekommen. Ach, wie toll. Du bist einfach mein kleines Allround-Talent. Stopp! Die hab ich deinem Bruder als Belohnung mitgebracht, weil er die so gerne mag. Oh, ich mag die auch voll gern. Das wusste ich nicht. Hilfst du mir dann noch beim Aufräumen? Wow, Mama, gar keinen Bock. Ich treff dich gleich mit Louis. Tschüss. Schon gut, Schatz. Geh ruhig. Dann hilfst eben du mir. Was? Ich hab dir schon beim Putzen, Kochen und Wäsche machen geholfen. Wer kann auch mehr was machen? Mach kein Theater draus. Du bist die Ältere. Und wehe, du warst noch einmal so frech. Stell dich nicht so an. Was wusste ich nicht? Du bist einfach mein kleines Allround-Talent. Bist du jetzt komplett durchgeknallt? Eine Schande bist du. Weißt du, was eine Schande ist? Wenn man ein Kind offensichtlich mehr liebt als das andere. Deine Schwester spinnt sich hoffentlich wieder aus. Bin ich froh, dass du nicht so dramatisch bist. Gra targetавflüpf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.